In Thailand gibt es eine Vielzahl an Arten kleiner Echsen. Das was wir hier sehen ist ein sogenannter Tinga. Und diese kleine Flitzpiepe hier über der Türe ist ein Tinga. Tinga sind so etwas wie ständige Begleiter, die gibt es massenhaft und die sind praktisch überall. Das sind überaus flinke, aber auch sehr sehr scheue Tierchen. Um einen solchen Tinga mit bloßer Hand zu fangen, reicht das menschliche Reaktionsvermögen nicht aus. Die Tierchen sind zwar auch tagsüber überall zu sehen, aber die richtige Jagdsaison der kleinen Echsen beginnt erst mit Einbruch der Dunkelheit. Wie auch ihre Beute sind sie da hauptsächlich in der Nähe künstlicher Lichtquellen zu finden. Dort lauern sie kleinen Insekten auf und schnappen bei passender Gelegenheit blitzschnell zu. Manchmal geben sie schwache Laute von sich, so ungefähr. Zum Verspeisen, so hat man mir gesagt, sind Tinga-Jogs wohl nicht geeignet. Ja, so etwas kann ich schon in Erfahrung bringen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie man die einzelnen Echsenarten in deutscher Sprache bezeichnen würde. Man achte mal, sofern man das überhaupt erkennen kann, auf die besondere Pupillenform. Zugegeben ist es weniger spektakulär, solche Tinga-Jogs vor die Fotolinse zu bekommen, als vielmehr meinen persönlichen Favoriten von der Mini-Alligatoren-Fraktion. Ich meine damit einen Kandidaten, der sich bei Helligkeit überhaupt nicht zeigt und der auch des Nachts nur sehr schwer zu entdecken ist. Die Rede ist hier von einem Dock-Gay, der nach seinem spezifischen Lautruf benannt ist. Vor sechs Jahren ist es mir gelungen, einen zu filmen, allerdings hat er mir nicht den Gefallen getan, seinen Ruf von sich zu geben. Ja, so habe ich ihn damals imitiert. Diesmal hatte ich mehr Glück und habe den Originalton in Verbindung mit Lichtbildern von diesem Prachtkerl. Diese Fotoaktion war gar nicht so ganz einfach und hat mir einiges an Geduld abverlangt. Ich habe meinen Kameraden zwar immer rufen hören, wusste aber nicht genau, wo er sich aufhält. Anfangs hatte ich ihn in diesem Kanunbaum vermutet, habe ihn aber dann am Draufgesimms unseres Hauses entdeckt. Der Dock-Gay-Ruf kündigt sich vorher meist durch so ein gewisses Schnattern an. Dann gibt es eine kurze Sendepause, in der ich dann ganz geschwind die Tonaufnahme starte und dann ist vier bis sechs Mal sein Ruf zu hören. Bis er seinen Ruf nochmal wiederholt, kann eine halbe Stunde vergehen. Deshalb ist es besondere Glückssache, das Schnattern gleich zu Anfangs aufnehmen zu können. Zum Videofilmen ist es an dieser Stelle zu dunkel und entsprechende Beleuchtung würde ihn vertreiben. Das Fotografieren mit Blitzlicht lässt er aber über sich ergehen. Und außerdem kommen da die Farben ja viel besser zum Vorschein. Hier habe ich jetzt mal eine Nahaufnahme, um auch die besondere Pupillenform des Dock-Gays erkennen zu können. Meine Frau hat mir gesagt, dass man Dock-Gays auch essen könne und bei entsprechender Zubereitung, die hervorragend schmecken würden. Beim Fangen jedoch, so sagte sie, sei oberste Vorsicht geboten. Der Biss eines Dock-Gays könne schmerzhaft bis blutig werden. Nun, so etwas habe ich bislang auch noch nicht herausgefordert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017